So, können Sie nochmal rein? Das sieht schon besser aus. Herr Spahn, die Maske ist verkehrt rum. Wenn ich Sie nicht hätte, danke. Danke. So. Stimmt aber nicht. Nee, war richtig. War richtig. Die sind hell. Was ist für ein hell? So, jetzt aber. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dr. Reis. Entscheidend ist ja bei jedem Schritt, bei jeder Maßnahme, auch bei jeder Einrichtung, dass wir sicherstellen können, die Mindestabstände, die Hygieneregeln, dass wir das Infektionsrisiko so weit als möglich reduzieren können. Das ist übrigens bei der Gelegenheit wichtig, Abstand zu halten, auch wenn man Mundschutz trägt, wenn es eben geht. Und dass das manchmal nicht so leicht fällt im Alltag, haben wir ja auch gerade wieder gemerkt. Alle nehmen sich vor, nicht alle gleichzeitig den Aufzug und dann passiert es halt manchmal doch. Und das sind genau die Dinge des Alltages, wo wir eben alle miteinander auch über die nächsten Wochen und Monate weiterhin diszipliniert bleiben müssen. Und jeden Tag auch wieder miteinander lernen, wo man es noch ein Stückchen besser machen kann. Vielen Dank.